Der Timer, der startet erst, wenn die Türen geöffnet werden. Aber irgendwie würde ich das fühlen, wenn nicht wir mit einer A380 an den Urlaub fliegen. Diese Durchsagen wären doch legendär. Ja, willkommen Passagiere, hier spricht der Kripten. Wir sind gerade auf dem Weg von Frankfurt nach Malle, Freunde. Wir haben zwar geschätzte Abkunftszeit, es ist etwa 2.40 Uhr. Meine Damen und Herren, die Wetterbedingungen sind aktuell unbeeindruckend. Das wird ein ruhiger Flug. Gehen Sie sich zurück, lassen Sie die Handys aus und lutschen Sie mir die Eier. Was? Ich nutze eine EMP und dann gehe ich an den Jens hier bei mir. Ich hoffe, irgendwer kommt zu dir. Sonst muss ich. Er singt einfach. Ich chase auf dich, du kannst main gehen. Die ganze Area hier werden Jens gemacht. Ich hab da die ganze Zeit gechased. Ich geh auf main. Ja, okay, mach. Vor dich. Ja, weil das Freitag ist. Bro, du gehst mir so auf den Sack. Hätte ich jetzt gesagt, hätte ich mich erschrocken. Also ich will diesen Namen eigentlich nicht aussprechen. Ja, da kannst du auch nicht durch, oder was? Ja, und bitte! Deine Abflug ist ein Ohne! Naja, der kommt jetzt zurück. Der Top-Große Schniebe. Hebt einen Tempometer weiter hoch. Da fühlt sich jemand herausgefordert, habe ich das Gefühl. Er will nicht loslassen. Oh, er hat mich gefickt. Ah, warum? Er hatte mich, Junge. Hä? Ihre Seelen wollen aus der Void geholt werden. Das haben sie dir erklärt, warum. Wenn du in der Void bist, dann stirbst du. Und diese Geister ist unser ehemaliges Survivor. Die wollen befreit werden. Die wollen leben. Das wird verweiten. Oh, du hörst sie jetzt. Oh. Höh! Ah! Ah! Okay, das Camp is over. Hau rein. Bro? 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 Das schaffe ich noch, 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 das schaffe ich noch. Ben. Ah! Mh! Was haben wir denn? Michaela! Meyers! Wie könnte ich denn nur dem übel entkommen, was jetzt auf mich war denn schützt? Hat eigentlich das Wort zu dem Void ja ne? Das haben wir ja, das heißt, er kann sich rundschotten. Wow, der Meyers ist ein wirklich, der ist Buh. Der ist gut. Der ist guuuuut. Ist das so kalt? Ich glaube, ich mach heute mal die Heizung an. Will man immer mehr? Bei Schwaren krieg ich Lachkick, yeah! Denn wenn er das gemacht hätte, würde ich nicht fragen, warum er mich so schnell aufholt. Tschüss! Töne, tschüss! Oh, ich hab schon ein bisschen mit dem Geistfilter gebracht. Du bist frei! Wie soll ich das tschupen? Wie soll ich was tschupen, was ich nicht sehe praktisch? Woah, jo, jo! Uuuuh, jo, jo! Du bist ein Mensch! Okay, keine Schwanz. Keine Schwanz. Keine Schwanz. Keine Schwanz. Keine Schwanz. Keine Schwanz. Ehm, ne? Ne, ich hab mich immer noch. checker play pfuh, was du? der macht einfach nur so Faustschwingen Boris, yo, Boris, yo hau ihn weg ja, schütt du kämst mich so, so du Bastard, du kämst mich BITCH! BITCH! Stop resisting! Show me your hands! Stop resisting! Stop resisting! Keep your hands up, motherfucker! Stop resisting! I'm in Juggles! Wie hat die Runterschleuer? Ja gut. Die Kale geht genau in ihn rein. Okay, sag mal eins, wenn du mich hörst. Eins. Eins. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt sage, musst du eins sagen. Jetzt. Jetzt. Eins, eins. Nein. Noch einen Hitler, den hatte ich ins Portal. Ja, renne ins Portal. Ja, ich hör weg. Tschüss. Tschüss. Hauptstadt von Spanien, was war das nochmal? Moskau. Wenn ich hier schon DVD spiele und ihr seid schon in DVD die übelsten Kack-Noobs. Und jetzt muss ich euch auch noch in Sandwich-Maken-Teachen. Als nächstes muss ich euch teachen, wie ihr eure Freundin ordentlich bummst. Ich hab keine Ahnung, wie das geht, was du sollst. Pass auf, jetzt machst du erst mal Folgendes. Und dann muss ich mich dazustellen, wenn ihr Sex mit eurer Mutter habt. Ja. 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 Ich bin crazy. Ich bin crazy. Ja. Ich bin crazy. Ja. 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 Ja, da fallen soll man nicht vor, das machen wir nicht mit der Chainsaw. You don't have to wait for later there's your new Eliminator. Ask your local weapon trader for the superperforator. Stress. Just cool it. Here's a special bullet. Put it in the magazine. Boom a bang into your bean. You can't call the operator for the superperforator. Killing is your habit. Make you wiggle like a rabbit But before you die right here Heaven find it, let's appear And before the break of dawn We'll have your back where you belong Sprinkling the lawn What have you been bang, the bang, boom, boom Meet your doom, call it soon Your local weapon trader With your super perforator Cheers Die Plague wird jetzt hier nicht einfach um die Ecke kommen und mich umschlagen